Willkommen zur ersten Folge von Blumenhol mit Gast. Heute bei mir zu Gast ist, wir haben uns noch nicht kennengelernt, Autor, Fotograf, Stilikone, Influencer, Sexsymbol, Ben Berndschneider. Herzlich willkommen, Ben. Vielen Dank, lieber Moritz. Wir kennen uns seit fünf Minuten und ich bin mega happy, dass du einfach zugesagt hast. Wahrscheinlich kriegst du 10.000 Nachrichten am Tag. Ja, aber nicht alle fragen, ob ich in einen Podcast komme. Ob du einen Podcast machst. Es ist sehr interessant, Stilikone, Stilguru, Influencer. Wie stellst du dich vor, einfach nur? Oh, Himmelswillen, also schon mal gar nichts von diesen drei Dingen. Nee, überhaupt nicht. Und es ist auch, es blieb ja jetzt gar keine Zeit, darüber nachzudenken und das war auch nicht geplant. Und wenn alles so in drei Monaten passiert, war also, ne. Es ist keine berufliche Entscheidung. Es kam rein aus einer Midlife-Crisis raus und es ist nichts irgendwie geplant oder inszeniert. Und deshalb wird auch da, kann man das einfach anderen überlassen. Das ist mir viel zu doof, mir jetzt zu überlegen, wie ich mich bei anderen Leuten vorstelle. Also verrückter Maßen erkennen die Leute mich ja irgendwie im Moment, bevor ich was sagen muss. Das ist jetzt einfach völlig wild. Das ist verrückt. Vielleicht für die paar Hörer, denen du noch nicht begegnet bist in ihrem Instagram-Feed. Und du hast jetzt, du sagst, du machst das seit drei Monaten, 220.000 Follower. Ja, 230, glaube ich, jetzt in dieser Sekunde oder gleich. Also du wächst irgendwie mit ein paar tausend Followern am Tag. Das ist crazy. Und du zeigst, du bist weder Mitte 20 noch weiblich, noch zeigst du deinen Arsch in die Kamera. Du machst vor allem Modekontent. Ja, aber das Mitte 20, also Mitte 20 weiblich sein, das wird nie, das wird nie out sein. Aber Mitte 20 mit dem Arsch wackeln und das soll dann reichen. Ich glaube, möglicherweise, die Lehren, die ich mir aus dem Ding ziehe, sind, dass das vielleicht nicht mehr reicht. Und es gibt nicht viele, die männlichen Influencer, die sich jetzt nicht irgendwie total geil finden und einfach nur schön aussehen wollen und angehimmelt, sondern die gerne in irgendeiner Form helfen wollen, was Lustiges machen wollen. Die sind rar gesät, wie ich finde und meine. Und 50, 60 bestimmt Nachrichten am Tag kommen von Frauen, die fragen, Ben, gibt es denn ein weibliches Pendant von dir? Weil wir finden es nicht. Wir finden nur welche, die sich irgendwie selbst geil finden, aber die kriegen den Mund nicht auf. Ja. Ja, da kann ich dann auch nicht helfen. Ich glaube, was bei dir der Punkt oder auch, warum du so erfolgreich bist. Ich zum Beispiel interessiere mich relativ wenig für Mode, aber du strahlst etwas aus und das ist ja vor allem deine Authentizität und wie du mit den Leuten redest. Und du redest ja nicht nur über Mode, sagst ja noch ein paar andere Dinge. Und ich glaube, das transportiert Instagram und das verstehen die Leute und das fesselt sie irgendwie. Und ganz kurz nochmal zu dem Thema Midlife-Krise, das ist sehr spannend. Du machst das jetzt seit drei Monaten. Meine Midlife-Krise war Kokain, Techno und junge Frauen. Techno höre ich nicht mehr, Kokain auch nicht mehr. Aber du hattest eine Sinnkrise oder hast die Lust an der Fotografie verloren. Und wie bist du dann darauf gekommen? Mensch, ich rede über Mode auf Instagram. Wie gesagt, es war kein Prozess, über den ich nachgedacht habe, sondern es war einfach nur eine Flucht in ein anderes Thema. Dass ich sowieso mit meiner Followerschaft, die ja nicht besonders groß war, aber es waren zumindest 16.000 Leute. Und eigentlich war es so, dass es immer ein bisschen mehr als analoge Fotografie war. Es war schon immer auch viel Reisen, die passende Kleidung dazu. Ich glaube, einfach Wertschätzung der schönen Dinge des Lebens. Das war immer so. Nur wir haben nicht so viel darüber geredet, weil halt total viele Menschen immer sich in so einem technischen Fotoding verloren haben, was mich halt so gar nicht interessiert. und das Erste, was mir eingefallen ist einfach, ihr könnt euch alle mal gehackt legen, was ihr wollt, weil ich glaube, Druck, mein Druck entsteht durch Erwartungshaltung und davon mache ich mich einfach komplett frei. Es ist mir vollkommen Wurst, was die 16.000 Leute wollen. Und es hätte auch sein können, dass ich jetzt angefangen hätte, über Züge zu reden oder irgendwas anderes, was andere Leute verrückt machen. Wichtig ist, glaube ich, und wenn Leute meinen, mein Leben sei vorbei oder ich wüsste nicht, er weiß nicht genau, was er machen soll oder sie, solange du das machst, was du liebst und was du denkst, was jetzt gerade für dich wichtig ist, wird es da draußen Menschen geben, die was davon haben. Und in dem Falle für mich war es ein Staple Pieces, Dinge vorzustellen, Kleidungsstücke, Accessoires, die ich so schön finde. Und das kann ich, also ich kann, glaube, würde jetzt sagen, dass meine größte Stärke Begeisterungsfähigkeit ist und ich kann mich in eine schöne Sache, da könnte ich mich reinlegen. Und in unserer Fast Fashion Welt ist es so ein bisschen so, dass die Leute, die wollen so aussehen wie jemand, dann kaufen die die Sachen, die sind aber super billig und sehen nicht, dass es A, die falschen Materialien sind und dass das Ding wirklich zerfällt nach drei Wochen und dass wenn du dir nicht immer alles leisten kannst, sondern darauf sparst und irgendwie sechs Jahre von mir aus um ein ganz besonderes teures Teil rumschlawenzelst, dann wirst du zu diesem Kleidungsstück eine ganz, ganz besondere Beziehung aufbauen. Und das war für mich so die Definition von Staple Pieces, Dinge, die nicht mehr aus deiner Garderobe wegzudenken sind. Und die habe ich vorgestellt. Und dann kamen, die ersten drei Tage ist nichts passiert. Drei Tage, bei den meisten Leuten passiert drei Jahre lang nichts. Naja, aber zumindest ist es so, ich habe drei Tage lang jeden Morgen um neun ein Reel hochgeladen. Auch schon im ähnlichen Stil wie jetzt? Genau so. Nicht, dass ich die Outfits angezogen habe, ich habe eher über diese Staple Pieces per se gesprochen. Und dann haben die Leute sich eigentlich, war nur Kopfschütteln und drei Leute haben es gleich gesagt, wo bleiben die Bilder, was ist das jetzt? Und es war mir egal. Und ab dem zehnten Tag, der zehnte, elfte Tag ungefähr, da bin ich morgens wach geworden und hatte 500 Follower mehr. Und meine 16.000, die ich vorher hatte, die stagnierten so vier Jahre lang. Ja. Dann hatte ich so 500 mehr. Und dann dachte ich, okay, dann mach es mal schön weiter. Nach 14 Tagen merkte ich so, okay, das sind es auch tagsüber 500 mehr. Und als ich, glaube ich, die dritte Woche, so 21 Tage, jeden Tag ein Reel gemacht habe, mit meinem Gesicht drin, was, glaube ich, der Algorithmus gut findet, weil er weiß, Ja, Persönlichkeit. Ja, ja, verkauft einfach auch ein besseres Produkt als das Produkt selbst. Da war es dann plötzlich so, dann hatte ich immer 1000 pro Nacht mehr und 1000 pro Tag mehr. Und dann ging es, ja, da ging es langsam los. Und dann geht es eigentlich stetig nach oben. Es gibt immer so ein paar Wirrungen und Irrungen, wie das Z1 Frühstücksfernsehen fragte dann an und sagt, kommst du mal zu uns? Und ich versuchte noch so Schadensbegrenzungen wie, nochmal ganz klar, ich komme nicht aus der Branche. Das ist ja Modebranche, ja. Genau, ich bin kein Herrenausstatter, ich bin nicht euer Stylist. Aber das Erste, was, glaube ich, dort präsentiert wurde, war, Ben kleidet Deutschland neu ein. Und so, okay. So, und da muss ich dann immer mit den Leuten, die dann, es kommen dann, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Leute kommen dann dazu, während du in den 5 Minuten da bist. Und dann liegt es an mir so ein bisschen, diese Leute, die da so gar nicht reinpassen, mit denen ich einfach nichts, gemein habe, weil auch jetzt noch bei 230.000 habe ich nicht das Gefühl, dass ich ein Dienstleister bin, der diesen 230.000 Leuten was geben müsste. Nur Community gerne, aber wenn mir jemand auf den Sack geht oder anderen Leuten auf den Sack geht oder einfach nicht meinem, keine Ahnung, für mich einfach kein Karma Mensch ist, dann fliegt der sofort raus. Ich fand das sehr lustig, als du gesagt hast, ich glaube, da hat irgendein Mann einen Kommentar gebracht, dass du irgendwas gemacht hast, was ja nicht besonders männlich ist. Ich glaube, aus dem Strohhalm trinken. Und dann meintest du, wenn das hier so weitergeht, dann machen wir ganz schnell eine Gay-Herren-Sauna. Also Gay-Herren, eine Gay-Sauna. Hier wird das ein Gay-Sauna-Club. Also da wolltest du, glaube ich, so ein Zeichen setzen, so hier, alle homophoben Leute werden hier direkt mal weggeschoben. Da habe ich keinen Bock drauf. Dass ich es überhaupt sagen muss. Und Leute, also zum Beispiel, ich glaube auch meine Mutter bei irgendeinem anderen Ding fragte sich, ob man denn mit seinen Followern so reden kann. Und ich verstehe, also ich weiß gar nicht, ob die Leute denn verstehen, dass das, das ist ja mein Leben. Ich muss mir das auch suchen, mit wem ich rede und mit wem ich irgendwas zu tun habe und was ich transportiere. Und dann ist es aber auch ganz klar, die 99 Prozent nicht homophoben und nicht Arschlöcher, die ich da habe, die feiern das natürlich. Weil das ist Sinn einer Community und Gemeinschaft, das auch zu erkennen, dass wir Gemeinsamkeiten haben. Und es liegt an mir, auch immer mal zu sagen, ich will keine Nazis hier drin haben. Ich will keine, also eine klare, und das ist so wischiwaschi. So ist irgendwie, es gibt so, ich finde immer weniger klare Meinungen, alles muss so wahnsinnig, also ich rüttel jetzt auch keine Woke Bubble auf. Ich sage jetzt nicht, wir weißen, Cis-Männer, Boomer sind toll oder irgendwas, aber es gibt so kaum noch was. Jeder redet, immer jeden den Mund und das verstehe ich nicht. Es wird viel geredet. Ich habe da ein gutes Beispiel für, mir hat heute eine Person geschrieben, sie hat geschrieben, sorry, muss dir entfolgen. Das war ein Mann. Am Anfang fand ich den Humor gut, aber leider gibst du zu viel von deiner fast nochten, typisch neu-Prenzelberger Persönlichkeit preis. Das ist halt sehr unsympathisch. Das in Klammern, sehr kleine Publikum, vor der du dem, deine grenzwertigen, in Klammern, aber gleich, aber wirklich meist lustigen, Kommentare abgegeben darfst, sollte dich mehr sanktionieren. Das ist so, sorry, ich, das ist ja auch mit dem Publikum, was ich auf der Bühne erzähle, ich mache die Witze nicht, damit sie allen gefallen. Vor allem, wenn ich das anfange, dann wird es auch nicht gut. Es muss auch wehtun, es müssen Leute missverstehen und manche haben wirklich so, und was ja eigentlich in der Nachricht steckt, ich meine, der nimmt sich ziemlich viel Zeit, einer Person zu schreiben, die er angeblich ziemlich furchtbar findet. Eigentlich will er wahrscheinlich einmal umarmt werden. Das ist noch gar nichts. Also das ist wirklich noch gar nichts. Ich weiß, es gibt andere. Kriegst du Hate-Nachrichten? Weil eigentlich, eigentlich bist du doch, was ist dann der Hate, den du bekommst? Also, dass du versnobt bist oder dass du Luxusgüter präsentierst? Nee, ich glaube, also es wird sowieso immer, immer weniger, weil die Sachen ja auch immer so ein bisschen im Keim erstickt werden. Weil, weil aber dann auch klar ist, weil es ja gar nicht darum geht, es gibt zum, also zum einen gibt es, gibt es ja Menschen mit einem klaren Problem und da gibt es Leute, die würden ihren Insta-Besuch gerne formen. Also zum Beispiel habe ich irgendwann mal einen Kauberhut aufgesetzt und dann hat irgendein Zahnwald, hat dann gesagt, das sei aber nicht mehr seriös. Alter, ich meine, das ist ganz klar für mich, war dann, ab jetzt gibt es nur noch Kauberhüte, weil das geht nicht, das geht vor allen Dingen nicht, keiner redet mir in meinen Kram, ich bin nicht, ich bin ja nicht der, ist ja kein Dienstleister. Nein, ich bin nicht der Hampelmann von dem und wenn ich morgen nur noch nackter stehe, dann stehe ich morgen nackter. Ne, das ist ja meine, das ist ja klar. Ich glaube, dass du, dass viele Männer sauer sind, weil du sie einfach ungewollt langsam in die Homosexualität ziehst. Ich glaube, das ist ein Problem. Aber haben dir Männer geschrieben, dass sie gesagt haben, sie haben einen Crush auf dich und eigentlich sind sie heterosexuell? Ne, das hast du nur du benutzt. Okay, das war dann bin ich da alleine mit. Das hast du nur du benutzt, ne, das gab es nicht. Es gibt, es gibt Frauen, die, also, aber, du siehst an dem Account schon, die sind auch verloren, die sehr sexuelle Sachen schreiben. Gibt es auch, es gibt auch sexuell, also es gibt auch Dinge, die geschrieben werden von Frauen, die nicht okay sind. Ja, aber das finde ich alles nicht, es ist alles, alles überhaupt nicht schlimm, weil das ist, das ist ja für mich, da steht mir einfach auch gar keiner gegenüber. So, für mich ist das, also was ich mache und glaube, der Algorithmus fand das ganz gut, ich habe, bis vor kurzem, jede, jede Nachricht, die ich bekommen habe, habe ich beantwortet. Und wenn wir dann von 300 Nachrichten am Tag reden, dann sitze ich da vier Stunden und beantworte jede, jede Frage. Kannst du heute nicht mehr machen? Ne, das kann ich nicht mehr machen, weil, lustigerweise, und was einfach bei Insta, muss ich auch sagen, nicht funktioniert ist, es gibt einen Spamfilter und da gibt es in dem Spamfilter einen Spamfilter, wo man doch dann davon ausgehen könnte, dass da wirklich schlimme Sachen, also wenn Schlagworte wie, du Fotze da drin stehst, mir gegenüber, dann klar, bitte raus damit. Aber, nee, da sind Sachen drin wie, Ben, wollt ihr nur mal sagen, dass ich das ganz toll finde, was du machst? Und die landen dann im Spamfilter? Die landen alle, 700 pro Tag, 1000 pro Tag. Ich glaube, das sind alles Leute, denen du nicht folgst, oder? Die landen im Spamfilter? Ja, nee, nee, das darf nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich verstehe das System nicht und es landen viele Kunden da drin, wo aber dann, jetzt das Management dann auch sagt, wenn jemand dir eine DM schreibt, um an den Job zu kommen, dann ist es egal. Sie können sich auch in die Agentur wenden dann. Können die sich nicht. Ich könnte ja auch bei der Agentur, könnte ich auch sagen, dass ja jemand meine Mails übernimmt und dann suchen die da drin rum und machen und tun. Aber bis jetzt war es nicht nötig und ich weiß jetzt gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Nee, aber ich hatte vorher schon. Also es gab immer schon, ich habe Hass-Mails bekommen und sogar Briefe, weil den Leuten der Schnurrbart nicht gefällt. Das ist lustig. Einen Hass-Brief zu schreiben, das ist sehr liebevoll. Aber mit Adresse, mit Adresse. Ich kriege heutzutage keine Briefe mehr. Ab und zu irgendwie mal einen nett handgeschriebenen Brief von meinen Kindern oder Freundinnen. Aber ein Hass-Brief, das ist ja jemand, der sich wirklich hinsetzt, ein Stück Papier rausholt und dann seinen Mont-Blanc-Füller rausholt. Und zur Post geht eine Briefmarke kauft. Das ist sehr viel Liebe. Total. Ja, also falsch angebracht. Ja. Und dann haben sich auch Zeit, beleidigt ihn auch meine Frau über Absätze. Und da weiß ich auch nicht. Bereust du irgendwas? Also bist du, du hast jetzt ja so ein bisschen so den Geist aus der Flasche gelassen, der sich jetzt nicht mehr so leicht da reinbringen lässt. Dein Gesicht ist jetzt draußen, du bist jetzt erstmal ein Celebrity. Du hast schon eben gesagt, wenn du hier herläufst, wirst du alle zwei Minuten angesprochen. Lustig. Ja, genau. Also in Hamburg ist es zumindest so. Das ist sehr verwunderlich. Und nee. Also ich glaube, der große Unterschied ist einfach, dass ich kein, ich 20 bin und nicht diesen wahnsinnigen hier werden gerade Stühle, Stühle verrückt. Den diesen wahnsinnigen Dopaminausstoß habe, wenn jemand meint, er müsste ein Foto mit mir machen. Das ist so wie, also nee. Aber kannst du dir schon vorstellen, wenn das so ist, nee, es gibt ja auch Influencer, die 16, 17, 18 sind, dass das total verrückt ist. Ja, die Also wahrscheinlich nicht gut für die Persönlichkeitsentwicklung. Du kannst, kann alles sein, aber ich bin, ich bin alt und durchtherapiert. Für mich ist das so, weißt du, nee. Das stimmt. Ich hatte beim ersten Mal, als ich das von dir repostet habe, habe ich gesagt, so ein bisschen Jeremy Fragrance nach abgeschlossener Therapie. Überspitzt gesagt. Überspitzt gesagt, denn, also ich würde sagen, es trennen noch zwei, drei andere Sachen. Ist bestimmt ein total netter Typ, aber wirkt immer, ja, wirkt ein bisschen drof. Wirkt drof, das ist, glaube ich, die große Frage immer bei Jeremy Fragrance, nimmt der Koks oder nicht. Ich, ich, und da denke ich immer fast, dass vielleicht würde du das Geld dafür nicht ausgeben. Ich glaube, eher an Speed. Speed hält das, was Koks verspricht. Ja. Ist nicht von mir der Spruch, aber es ist sehr treffend. Das ist, das ist sowieso eine Frage mit, es gibt ja immer dieses Klischee und ich habe, ich habe früher auch gekokst und habe was dazu gemacht in meinem Podcast und Stories und dann kam die Frage, hast du früher auf der Arbeit viel gekokst, um besser zu performen? Und ich finde, das ist ein Klischee, was absolut falsch ist. Ich kann auf Koks, konnte ich nicht arbeiten oder irgendwie produktiv sein. Speed vielleicht dann schon eher. Das kann, kann ich dir nicht, kann ich dir nicht sagen. Meine, äh, meine letzte, meine letzte Line ist Jahrzehnte her. Jahrzehnte? Jahrzehnte. und vor allen Dingen auch überhaupt nicht, also mein, mein Ding ist ein bisschen, ich bin ein total ängstlicher Mensch, also, ähm, Pillen, Poppen, Molly und so, vergiss es, niemals, weil mein Problem war schon immer in meiner Jugend, so meine Bandphasen waren immer, äh, dass ich vom Kiffen halt Panikattacken bekommen habe. Kiffen ist auch überhaupt nicht mein Ding. Ne, und, und, ähm, und das bringt mir ja gar nichts, weil das, was ich brauche, ich bin von Ang, von, von, von Haus, aus extrem ängstlich und ich bin immer auf 180 und deshalb ist Alkohol meine Droge, weil die dich so ein bisschen, weil die mich runterfährt. Also ich kann zum Beispiel sowas wie, äh, dieses Trinken, um feiern zu gehen, ist für mich eine grauenhafte Vorstellung, weil, das ist für mich kein Hoch. Für mich ist es so ein bisschen so, für mich und meine Frau sind die Abende absolut tabu, da ruft keiner an, da hat mich keiner anzusprechen und wir mixen uns wundervolle Drinks abends und ich pfeife mir ein paar Bier rein und wir haben, da, ne, komme ich dann an und dann kann ich super gut arbeiten, schreib noch ein paar Stunden. Und das schaltet dein Kopfkaruschen ein bisschen unter. Schaltet mein Kopfkaruschen total aus und das ist nicht zum Nachmachen gedacht, also könnte auch sein, dass ich einfach nur Ritalin bräuchte, weil ich irgendwie mein ADHS nicht diagnostiziert wurde. Mag ja alles sein, aber es ist so, dass ich, obwohl ich, keine Ahnung, seit ich 16 bin, noch trinke, ähm, meine Frau mich noch nie betrunken erlebt hat. Bin, also passiert auch nicht. Also bei mir gibt es immer, weil das ist auch das Problem, ich bin super katerempfällig und ich kann nicht einfach so, also ich gehe nicht weg mit Jungs, um einen zu trinken. Ich arbeite zu Hause und trinke dabei ein Bier. So, das ist für mich eine andere, ich weiß ganz genau, auf den Milliliter genau, also, da gibt es dann auch einen Begriff, wahrscheinlich Kontrolltrinker, keine Ahnung, aber es ist so, dass ich keinen Bock auf, einfach so, auch drogentechnisch, ne, ich habe vor allem keinen Bock auf Wesensveränderung, das kann ich bei anderen Leuten gar nicht haben. Also da reicht es auch, wenn sie kiffen, einfach bräsig werden, hasse ich. Also, für mich ist es so, ich möchte mich darauf verlassen können, dass derjenige immer so ist, wie er vorgibt zu sein. Und wenn jemand anfängt zu lallen, dann bin ich raus. Das ist eigentlich interessant, weil du ja sicherlich ein sehr exzessiver Mensch bist, auch mit deiner Arbeit, und wie du dich reinstürzt und dann es aber schaffst, vielleicht durch deine Angst, so ein Suchtmittel wie Alkohol oder auch Kokain, was dich gar nicht mehr interessiert, im Griff zu haben. Weil das ja viele Leute, also gerade, also ich bin auch ein sehr exzessiver, extremer Mensch und ich bin halt, interessanterweise, sehr spät erst an Drogen gekommen, erst mit 34, das erste Mal. Also Alkohol schon immer und dann, das war dann die Mitleidkrise nach der Scheidung, Trennung, da kam ich dann an Drogen. Und erst alles unter Kontrolle und irgendwann wurde das halt mehr mit Kokain und irgendwann war das gar nicht mehr gut und deswegen musste ich auch aufhören zu trinken, weil Alkohol bei mir Lust auf Kokain triggert. Ich bin ein sehr exzessiver Mensch, ich kann aber auch, egal ob ich Gummibärchen oder irgendwas vor mir habe, ich esse dann alles. Deswegen muss ich immer Dinge ganz lassen. Von daher ist es interessant, was du kannst. Meine Angst vor der Konsequenz ist so viel größer und so groß, dass nichts ist, also ich glaube, du hast einfach auch mal meinen Kater noch nie gehabt. Ich habe nicht dieses, wenn Leute so, na, dann bin ich ein bisschen bräsig und, Alter, entschuldigen mal bitte. Also bei mir sind es 1200, das sind 1,2 Gramm Ibuprofen und Novamin-Sulfon und falls da eine Tilidin rumliegt, rein damit, weil ich kann mit Kopfschmerzen nicht leben. Also ich bin höchstgradig depressiv, wenn es mir schlecht geht. Das geht nicht. Also du hast das, ich meine, das ist ja eigentlich der Wunsch, dass wirklich so sein Konsum auf diese Art und Weise unter Kontrolle ist. Das darf trotzdem gern die Hälfte sein. Ich beurteile oder verurteile da überhaupt nichts. Nö, ich will ja auch nur offen drüber sprechen, weil es gibt zwei Sachen, die ich nicht verstehe. Ich verstehe Anonymität, der Gedanke der Anonymität im Netz nicht und ich verstehe nicht, also Menschen, die nicht über alles reden, sind für mich die, also die uninteressantesten Menschen they are. Das ist so ein bisschen, wenn ich von dir keine Hintergrundstory habe und wenn der Musiker mir nicht erzählen kann, wann er besoffen von der Bühne gefallen ist, dann ist der Musiker um 50 Grad uninteressanter für mich als, oder er ist halt für was anderes. Ich meine, ich rede jetzt von Popkultur und Rockmusik und ich möchte verdammt noch mal, dass meine Libertins so leben, wie sie leben und ich habe echt keinen Bock auf, ich weiß nicht, ist das schon Schmähkritik? Nein, aber wenn jetzt jemand so ein, ich glaube, ein sehr sauberer, netter Mensch, wie, ich kann nicht mehr, wie sie alle heißen, Vincent Weiß oder so zum Beispiel, dann kann ich sagen, das ist eine ganz tolle Stimme, das ist alles ganz toll, aber da hört mein Interesse auf. So, ich habe da, ich hole mir da aus dem Konzept Leben sein und Mensch sein, hole ich mir da einfach nichts mehr raus. Also, weil da haben wir dann in dem Falle wahrscheinlich wenig gemeinsam. Sowieso, weil er eine schöne Stimme hat als ich. Ich könnte jetzt, ich kenne kein Lied von ihm. Nein, 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 ich weiß es auch nicht, ich weiß aber trotzdem, ich habe, ein guter Freund von mir ist Fotograf, der eng mit ihm verbandelt ist, der liebe Hütte, falls ihr das mal hier hört, lieben Gruß. Lieben Gruß an Hütte. Hütte hat einen ganz großen Penis. Ah, und der, die sind, sehr schön, hast du den schon irrigiert gesehen? Leider noch nicht. Aber hat einen Fleischpenis? Ich glaube schon, ich glaube. Wenn es ein Blutpenis ist, dann ist er da. Ne, dann ist es immer schlecht. Deshalb weiß ich, wer Vincent Weiß ist und dass der eine große Rolle spielt, aber nicht so daherkommt, als wäre ihm die Nadel in meinem Arm abgebrochen. Also du, du hast ein, naja, das eine ist ja Ehrlichkeit und das andere, es gibt ja Leute, die ehrlich sind und trotzdem einfach vielleicht langweilig in dem Sinne, dass sie einfach sauber sind. Total, aber da hat, also, um Himmels Willen Menschen, wie zum Beispiel Rammstein. Ja, da ist es super langweilig. Da passiert nichts. Da werde ich mich, auf dieses Thema werde ich mich nicht einlassen, denn, ich finde, ich finde eine ganz, also ich will damit niemandem, niemandem, niemandem auf den Schwanz treten, wo wir gerade bei Hütte waren, aber es gibt ein Aspekt in unserer Cancel-Culture, die nie anders war, die aber so salonfähig geworden ist und wo alle immer so wahnsinnig schnell sind, irgendwen zu vorverurteilen, zu verurteilen und dann aber auch sagen, ja, ja, ist ja nicht so früher was so, da haben wir Klaus Kleber zugehört und wenn Klaus Kleber was gesagt hat, dann stimmte das, das ist nämlich in den Nachrichten. Wenn jetzt aber Pimmel, Paulo und Susi Superman ihren kleinen Auftritt haben im Netz oder am besten dann noch in diesen Zwischenbereich zwischen Netz und Fernsehen, weil alle verzweifelt sind bei den alten Medien und nicht wissen, wie kriegen wir bloß die Jugend zu uns, dann ist das auch gleich wahr und alles super recherchiert und super und das ist halt, das ist Bullshit und diese Sucht nach jemanden fertig machen, weil ich bin dann so, ich tue was für die Gerechtigkeit so falsch, dass du sagst, Alter, warst du dabei, du warst nicht dabei, halt einfach das Maul. Cancel Kitschel geht schon sehr weit, ich glaube, Rammstein ist jetzt mal ein bisschen außen vorgenommen, da gibt es wirklich sehr viele Erfahrungsberichte, die sich irgendwie alle decken, aber wollten wir jetzt auch nicht. Mag sein, ich war trotzdem nicht dabei und es gibt keinen Support, den ich zeigen kann in irgendeiner Form, also es ist lächerlich, dass ich nur klar mache, dass ich gegen Machtmissbrauch und um Himmels Willen geschweige denn Drogenverabreichung und Vergewaltigung und Bedrängung von Frauen bin, wenn ich jetzt sage, verdammt nochmal, Till muss an den Galgen, das ist einfach nicht richtig. Es gibt nichts mehr dazwischen. Es ist einfach nicht richtig und nicht wahr und mich hat auch keiner zu fragen und zu, weil ich, ich helfe nicht mit, also ich ist es einfach, es müsste eigentlich so klar sein, dass das falsch ist und dass wir uns nicht auf eine Seite stellen müssen jetzt. Wenn in meinem Umfeld irgendwas passiert ist, dann kannst du dir ganz, ganz sicher sein, dass all der Support, den ich habe, da reinfließt. Ich kenne weder die einen noch den anderen. Ich weiß es nicht. Man muss sich ja auch als Influencer überhaupt nicht, also jetzt sag ich jetzt mal Influencer oder als Person auf Instagram, man muss sich ja nicht zu allen Themen äußern. Man macht was komplett anderes und ich glaube jetzt auch als Fashion-Mensch oder als Comedian, man muss sich jetzt nicht zur Waffenlieferung in die Ukraine äußern. Das spielt auch gar keine Rolle, was wir dazu denken. Das müsste, genau, das muss man nicht und es gibt darüber hinaus auch noch von meiner Seite ein Ekel, sich mit solchen Sachen aufzuspielen. Zu denken, oh Gott, ja gut Mensch, jetzt, boah, ja der haut aber da in die Kerbe und guck mal, wie toll der, ähm, das kannst du mal sein lassen, weil das einfach ganz klar einfach nur Aufmerksamkeit Wollen ist zum einen und zum anderen auch, es gibt wichtige Themen und es gibt Eskapismus und ich meine, ich rede über Klamotten. Weißt du, das hat kein, das hat kein, das in der wirklichen Welt hat das keinen Wert, egal wie glücklich das Menschen machen, egal wie sehr das jemanden ausfüllt, äh, jedes menschliche Gefühl und das, was ich auch sage mit meinem, wir schließen niemanden aus, der sich, der nicht das Geld hat, sich so und so zu kleiden, wir schließen niemanden aus, der sich so kleiden will, wie er will, weil dann haben die Leute nicht, wirklich nicht verstanden, worum es geht. Das ist Pille Palle und das ist reiner Eskapismus und ich finde, das muss man den Leuten aber auch geben, denn ich für meinen Teil habe kein dickes Fell, ich kann mich gegen die furchtbaren Sachen, die da draußen auf der Welt passieren, kann ich mich nicht gut abgrenzen. Das nimmt mich alles tierisch mit, was natürlich auch dazu führt, dass ich mir abends gerne ein Bier reinpacke, aber ich finde, ich finde, ich finde nicht oder ich, ich kann mir das kaum vorstellen, dass man den Leuten das die ganze Zeit ins Gesicht reiben, ins Gesicht reiben muss, weil sie sonst zu wenig davon mitbekommen. Das kann nicht sein. Ich denke, dass man den Leuten auch irgendwie ein Parallelprogramm geben kann und geben muss und da bin ich zu Hause. Und wenn es irgendwann mal wichtig ist, wenn ich was machen kann, Spenden sammeln, Geld sammeln, das ist was ganz anderes. Sonst wird man auch irgendwann unglaubwürdig, man kann nicht zu jedem Thema was sagen und muss man auch nicht. Ich wollte nochmal auf die Begeisterungsfähigkeit und ich glaube, das ist auch einer dieser Kerndinge, warum das erfolgreich ist, was du machst, weil ich hatte ja auch diesen Menschen, der Züge filmt und da so begeisterungsfähig ist oder der Jake, der da Barbecue macht und ich glaube, diese Accounts sind zu erfolgreich, auch dein Account, weil man das mittlerweile so selten sieht, dass jemand sich wirklich mit Leidenschaft für etwas so begeistert, dass das, was ja erstmal sehr banal klingt, doch so etwas Besonderes geworden ist irgendwie und auch ehrlich, nicht ich begeistere mich, ich mache jetzt hier diese Kooperation und kriege Geld dafür und gucke mal, wie geil das ist, sondern die Leute merken, was ein wirkliches Interesse ist und was eine wirkliche Leidenschaft ist, oder? Absolut. Ich habe in der Sekunde vergessen, wie unser Zugmensch heißt, wie kann das bloß sein? Francis, Bourgeois oder sowas. Genau. Und wenn er Francis wirklich Francis heißt, wenn du das sagst, Francis, ich habe ja irgendwann drunter geschrieben, ich war wirklich, Francis gehört zu den Menschen, wo ich, also ich muss sowieso ständig heulen, wenn ich das Falsche sehe, das so, aber Francis ist so einer, bei dem kommen mir dann auch wirklich mal so die Tränen, ich glaube, ja, weil, also einfach, weil ich bin ein empathischer Mensch und wenn sich jemand so freut, dass ein Zug da einfährt, dass der heulen muss, warum sollte ich da nicht mit heulen? Also ich kann das ja empfinden und ich finde, dass Menschen, die so, so sensibel sind, es ist wahrscheinlich wie bei Welpen, die, die haben, die haben es ja mehr als verdient von uns, unterstützt, beschützt zu werden und das Einzige, was ich da ja ergeben kann, ist wirklich ein, also ich feiere das jedes Mal, der kriegt von mir so viele Herzen und applaudierende Hände und ich sage, so ein, wenn jemand so genuinely happy ist, dann ist das einer der, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk und wir haben uns in den letzten Jahren in eine Richtung bewegt, wo jeder sauhart sein muss, ja, zynisch, super zynisch, also zynisch auf der einen Seite, da haben wir unsere Woke, Bubble, dann haben wir unsere, ähm, was ich für das, für das schlechteste Projekt des deutschen Fernsehens halte vor Blocks, weil es nicht kritisch damit umgegangen ist, sagt ja, Leute, wir haben ein Integrationsproblem, sondern, nö, wir finden, wir inszenieren das aber so, dass das hedonistisch geil ist und, äh, die Leute könnte auch noch jemand geil finden und, dass diese auf Macker machen, ultra hart sein, sich nichts gefallen lassen, anstatt zu sagen, Alter, die Faust doch mal öffnen, ähm, das ist irgendwas, was ich, was mich super anpisst, super grausam finde und da ist so ein Francis, der, der, der mit quiekiger Stimme einem Zug hinterher rennt und, und dabei Tränen über die Wangen laufen, finde ich, ist, also mein, mein Lichtblick am Ende des Horizonts. Man ist wirklich, man sieht das und es ist wirklich ein, das muss beschützt werden, man sieht es nirgendwo einfach, dass Leute im Erwachsenenalter sich wirklich noch so freuen können, über irgendwas und das ist wirklich, man erinnert sich vielleicht, als man, ich vergleiche das immer mit dem Gefühl, äh, bevor es Geschenke gab an Weihnachten, so wie aufgeregt man ist, dieser Tag, dieser, dieser Vormittag äh, und dieses Gefühl kriegt man als Erwachsener ganz, ganz selten. Ich hatte das, als ich Unternehmer war, als ich wirklich digitale Produkte gebaut habe und die dann rausgegangen sind und dann haben Leute auf einmal angefangen, die zu benutzen. Das ist irgendwie, das war immer so ein ähnliches Excitement. Mittlerweile habe ich das, wenn ich, äh, wenn ich mir Witze überlege und Witze schreibe und dann gehe ich auf die Bühne und dann teste ich das und dann sehe ich, wie das funktioniert. Das ist jedes Mal wieder ein ähnliches Gefühl, aber das ist das Traurige. Ich glaube, in unserer Gesellschaft haben das sehr wenige Leute in ihrem alltäglichen Leben eine wirkliche Freude und Begeisterung für etwas. Absolut. Also, dass die abnimmt, ähm, bei manchen Menschen, ähm, ich meine, ein bisschen ist es klar, es liegt an unserer Gesellschaft, wo wir leider viele ihre Träume und ihre Begeisterung klein halten, weil sie einen Job machen müssen und die Leute arbeiten, die machen allen Ernstes, was für mich noch niemals, niemals in meinem Leben in die Tüte gekommen wäre, aus Pflichtbewusstsein zu arbeiten, ähm, weil ich das Konzept nicht verstehe und wenn du nicht ständig deine Begeisterungsfähigkeit, noch schlimmer sind die, die arbeiten und sagen, ja, ja, für Begeisterung ist noch ganz viel Zeit, denn wenn ich in Rente gehe, dann gucke ich mir endlich mal die Delfine in Nepal an. Es gibt da keine Delfine, aber, ne? In SeaWorld. Und was dann, was dann, was dann passiert ist, dass die einen Tag, nachdem sie in Rente gehen, haben sie einen Hirn und Schlacken fallen tot um und dann, dann scheiße nochmal. Ich halte nichts davon. Ich finde, dass man in den Dingen am besten ist, die man am liebsten macht. Ich bin ungern in Berlin, weil ich das gefühlt habe, jeder, der im Servicebereich ist, im Kellner, der dazu gezwungen wird, weil ich habe das Gefühl, der Bäcker spuckt mir gleich ins Gesicht, wenn ich ein Brötchen bestellen möchte. Das ist auch so. Ja, und ich möchte aber, und das verlange ich fast so ein bisschen, kollektiv von der Gesellschaft zu sagen, ich finde einen Weg, einen Job zu machen, den ich liebe. Weil so trifft ganz viel Liebe aufeinander und so möchten Menschen mit Potenzial entfaltet. Total. Ich habe genau zu diesem Thema vor langer Zeit mal mit einem Freund ein Gespräch gehabt und dann meinte ich so, was ist das? Warum gehen die Leute nicht ihren Träumen nach, ihrer Leidenschaft, aus Angst oder aus Pflichtbewusstsein den Eltern gegenüber und dann meinte mein Freund zu mir, Suher heißt der, nee, ich glaube, ich habe eine andere These, die Leute haben keine Träume, haben keine Leidenschaft. Also ganz viele Leute Aber dann suchen sie einfach nicht. Die müssen suchen. Ich glaube, es ist eine Kombination auch wirklich dieses so, ich spreche Angst, wo du ja sagst, du hast sehr viel Angst. Also in vielen Bereichen kannst du ja gar nicht so viel Angst haben, weil du probierst ja sehr viel aus. Also du brauchst ja zum Beispiel kein festes Gehalt oder oder du hast auch keine Angst davor vielleicht verurteilt zu werden, weil du jetzt wieder was komplett Neues machst und du hast keine Angst davor schlecht in etwas zu sein. Aber das ist ja die Unfähigkeit, die Konsequenzen. Wo sollst du denn hier, das ist ja auch so ein Ding, wie sollst du denn hier in Deutschland eigentlich verarmen, wenn du zwei gesunde Hände hast und Arme und klar denken kannst. So und ich finde, ich finde durchaus, dass sich manche Leute auch einfach nicht genug anstrengen, weil sie, keine Ahnung, auf ihre Träume scheinbar doch nicht so viel Bock haben, wie man annehmen möchte und müsste. Und es gibt eine ganz klare, das können wir auch sagen, Konditionierung von, durch Eltern, die falsch ist, die wirklich, wirklich falsch ist und man auch ruhig mal seine Eltern einfach mal anschreien müsste, sagen müsste, ihr Ficker habt dafür gesorgt, dass ich Anwalt bin und unglücklich. Weil man immer nur das Beste wollte und so ganz leicht passiv-aggressiv immer so viel zu machen. Es gibt so viel. Es sind halt die Personen, bei denen du es zulässt, dass sie dir reinreden. Und viele erkennen das aber auch früh und sagen, tut mir leid, Vater, ich habe dich wirklich lieb, aber das wird nicht passieren. Und das darf nicht passieren. Und das merken ganz viele erst ganz spät. Und da auch nochmal was anderes. Ich habe in meiner, auch in meinem Freundeskreis, also nee, ich muss sagen, nicht, dass sich jemand da angesprochen fühlt, in meinem Freundeskreis nicht, aber im Entferntesten wird viel rumgeheult mit, ach, du, ja, da kann man sich natürlich ausruhen, was man hat. Ich habe aber ein Kind und in dem, bei so einem Satz, würde ich sagen, warum hast du denn ein Kind? Da muss doch irgendwer von deiner Familie, die Gesellschaft, muss dir doch beigebracht haben, dass es normal ist, Kinder zu kriegen. vielleicht ist auch das Kondom einfach geplatzt. Dann ist, dann kann, aber dann würde ich sagen, beschwert derjenige, die sagt so, boah, ich wollte das ja auch immer so, aber dann haben wir ein Kind bekommen, dann soll er offen darüber reden. Viele machen sich vielleicht auch vorher keine Gedanken darüber. Ja, aber das ist die... in der Gesellschaft gesagt wird, Kinder sind fucking normal, viel mehr Arbeit als so gesellschaftlich gesagt wird. Das müssen, das muss doch einfach machen, das müssen die Leute doch auch verstehen, dass sich hinter Entscheidungen zu verstecken, funktioniert nicht. Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, wenn jemand ein Kind haben möchte, weil Kinderaugen zu Weihnachten, ein Geschöpf, das du über alles liebst, das dir Beruhigung schenkt, das dir Erdung schenkt, das ist alles, da brauchen wir gar nichts zu drüber reden. Ich bin 0,000, wir wollten keine, wir möchten keine. Das hatte ich mir vor auch die Frage gestellt, war das eine bewusste Entscheidung? Das ist ganz bewusst bei uns, ja. Das ist 0,000, weil ich mir die 10.000 Milliarden Vorteile vorstellen kann. Aber was dann nicht funktioniert, ist rumzuheulen, dass ich eins habe und das nicht kann. Und das sehe ich bei ganz vielen, die ganze Zeit, ja, drei Monate, wie soll ich das denn machen mit Kind? Nee, sollst du nicht. Du sollst dir vorher Gedanken machen und sagen, wenn du dein Leben erfüllt haben möchtest von Nachwuchs, dann möchte ich dich nie wieder heulen hören. neun, ich kann ja nie nachher liefern. Also man, man gibt schon sehr viel auf und mittlerweile habe ich, ich hatte vor einem Jahr eine Vasektomie, ich habe zwei Kinder und ich habe gesagt, die sind jetzt 13 und 11, das ist immer noch viel Arbeit, das ist immer noch ein weiter Weg, aber ich möchte auch irgendwann das Licht am Ende des Tunnels sehen, dass ich wieder meine Freiheit komplett zurückkriege. Super, pass auf, da muss ich dich jetzt mal ganz kurz unterbrechen, weil ich das wissen muss. Wird bei der Vasektomie ein Leiter getrennt oder beide? Beide, müssen beide. Die werden aber auch... Aber wenn du dir jetzt ein keulst, kommt dann da nichts mehr raus? Das ist die große Frage. Doch, weil nur zwei Prozent der Flüssigkeit, die da rauskommt, sind Spermien. Der Rest ist Prostata-Sekret. 98 Prozent. Aus der Prostata? Wir fragen uns immer, wo es herkommt. aus der Prostata. Das ist Prostata-Sekret. Ach so. Das heißt, mengenmäßig, ich habe noch nie einen Messbecher, aber da kommt genauso noch was raus. Das riecht so, das schmeckt so, das sieht so aus. Guten Optik. Genau. Man merkt da keinen Unterschied. Okay. Geil, aber damit haben wir eine gute Frage erklärt. Dass du dich das noch nicht damit beschäftigt hast. Mit der Vasektomie? Ja. Weil, also A, habe ich so gar nichts gegen Kondom, ich weiß gar nicht, wo das Problem sein soll. Ich fülle ja nicht rum. Du merkst keinen Unterschied, weil wenn du ein Kondom nutzt, es gibt sehr wenige Männer, die das so sagen. Echt nicht? Doch, ne, schon. Das ist ja so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Gummihandschuh anziehe und jemanden streichelt, das fühlt sich schon anders an. Das mag sein, aber, aber denk doch mal daran, wie viel geht denn in dem, in dem Akt verloren? Also, mir ist es ja, also ehrlich, da gibt es Sachen, die wichtiger sind. Mir ist wichtig, dass meine Frau kommt zum Beispiel. Natürlich, aber auch dieses, auch immer diese Akte, okay, jetzt hole ich mal kurz das Kondom raus. Nee. Nee? Also, keine Ahnung, ob du, also es ist jetzt auch nicht mehr so, wie am Anfang der Beziehung, wo du halt sechsmal am Tag, ähm, ähm. Wie lange bist du zusammen mit deiner Frau? Wir sind verheiratet, wir sind zusammen 13 Jahre, glaube ich. Ja. Und verheiratet acht. Mhm. Aber, okay, aber ihr, trotzdem wäre ja eine Vasektomie dann noch, äh, vor allen Dingen, wenn du nur eine Sexualpartnerin hast. Ja. Nee, wäre auch total. Ich glaube, ähm, fände sie bestimmt auch lustig. Dauert. Nie so wirklich drüber nachgedacht, weil auch, ja, vielleicht kommt es auch aus dem Angstfaktor raus, also, eine runde Propofol, finde ich geil, keine Frage, aber, ähm, der, der Gedanke, ich, also ich, ich hab halt generell, ich möchte nicht ins Krankenhaus, ich möchte keine OPs. Das ist, äh, ambulant. Gehst du dann auch nach Hause? Ja. Du merkst wirklich nichts. Okay, aber trotzdem, Propofol schon, oder hast du nur? Du kriegst ein bisschen Lachgas, ja. Nee, Lachgas reicht nicht, also Propofol will ich. Also du kriegst eine Spritze da rein? Ja, das scheiße, nee, scheiße, ich will da keine Spritze reinbekommen. du kriegst Propofol. Ja, eine Spritze da rein, sag mal, wo sind wir denn hier? In den Sack kommt eine Spritze. schön, nein, und dann wird das aufgeschnitten und dann, ja, aber, also ich bin, ich bin mega happy damit, ich bin irgendwann, vielleicht mache ich mal eine Werbekooperation für das Urologie-Zentrum. Ich finde es auch, weil es war auch ganz interessant, eine der ersten, also ich wurde schon von zwei führenden Haartransplantationsdingern gefragt, ob ich das nicht, und die fanden das so selbstverständlich. Wie stehst du zu Schönheits-OPs? Für Männer? Boah, kein Problem mit. Also auch bei Frauen, nur, du kannst nicht erwarten, dass das dann jemand schön findet. Ich finde, jede aufgespritzte Lippe sieht scheiße aus. Voll scheiße. Mittlerweile sehen viele Leute, Männer wie Frauen, wir sehen langsam so aus wie die Instagram-Filter. Und du magst es. Und es nähern sich alle gleich aus. Ich mag es nicht, ich mag es auch nicht. Du, also es ist nur so, ich würde niemals, es ist auch genau wie, ich verstehe, dass vegane Leben für uns alle besser ist. Ich verstehe, dass es total, also allein schon, ne, aus moralischen Gründen den anderen Lebewesen gegenüber, trotzdem fällt mir nicht ein, jemand anders da reinzureden. Genauso möchte ich, wenn der sich die Nase abkappen möchte, soll er sich die Nase abkappen. Das ist mir scheißegal. Nur trotzdem sage ich auch ganz klar, und da geht es nicht mehr darum, Bernd, kannst du bei der nichts sagen, das ist ja Bodyshaming. Ich sage das ja nicht in der Öffentlichkeit, aber ich kann meiner Frau gegenüber sagen, alter Sabine sieht richtig scheiße aus. Ja, natürlich, das muss möglich sein. So, und da ist es auch, ich, nee. Also würdest du dir Haare transplantieren lassen? Nein, nein, weil es genau darum geht, es geht darum, ganz viele, die Argumentation, weil auch Ben, wie viel besser du aussehen könntest, alter, scheiß doch mal auf, also wenn ich es mit meinem, also, mit meinem 4-Minus aussehen, nicht schaffe, Leute zu begeistern, dann ist unsere Welt kaputt. Das kann nicht sein, dass du nur mit, 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 ähm, funktionierenden, super Body und Dingsbums, jemanden wirst, den die Leute lieb haben können. Was für ein Irrsinn. Ja. Was so, ein Lafa hat auch keine, keine, ich glaube, die Leute stehen dann mehr da drauf, wenn man wirklich selbstbewusst ist und dazu steht. Und das strahlt ja viel mehr Attraktivität aus. Total. Nee, können die alle machen mal schlecht. Okay. Also keine Haartransport? Nein, ich habe noch drei Haare und die werden so lange gepflegt, bis sie, und dann ist es vorbei. Und dann ist es vorbei. Ja, und ich habe, also, es ist auch so, ich habe jetzt nicht so wie, wie Christian Berkel oder so, eine schöne Kopfform, ne, wo ich gut Glatze tragen könnte. Hast du es mal ausprobiert? Ja, ich bin ja nicht blöd, ich habe ja Augen im Kopf, ich bin ja ein visueller Künstler und Mensch, ich weiß das ja. Ich weiß ja, wie ich aussehe, wenn ich mir die Haare, wenn ich aus dem Pool komme und die Haare, drei Haare liegen angeklebt am Kopf. Das ist schon so. Ich muss da auch skulpschen, wenn ich eine Frisur mache, damit das gut aussieht. Aber, ich möchte nicht dafür geliebt werden. Also, das kann nicht sein. So. Und, ähm, nee. Das ist ein großer, das ist die Brust-OP des Mannes mittlerweile, ne? Haartransplantation. Das mag sein. sowas von gesellschaftsfähig geworden. Voll, also ich, finde ich, finde ich auch. Ich finde, ich finde Optionen sind toll und so, der Kern der Demokratie sollte auch sein, wenn jemand eine doofe Idee hat und alle finden die gut, solltet ihr doch machen. hab rein. Jeder, genau, jeder soll, ich rede auch niemandem rein, auch zum Beispiel, dass ich, ähm, nüchtern bin, äh, ich hab nichts dagegen, wenn irgendjemand was macht. Jeder soll das für sich selber entscheiden. Man kann da auch niemanden bekehren. Was ich interessant fand, du redest auch darüber auf Instagram, du lebst mit deiner Frau zusammen auf 39 Quadratmetern. Korrekt. Was ich spannend fand, weil du, wie es so wirkt, du gibst ja schon relativ viel Geld für deine Klamotten aus und nicht, hast du über die Zeit vielleicht. Oder Hotels sind dir wichtig. Ja. Diese, hat diese Wohnung sentimentalen Wert, weil du könntest dir wahrscheinlich eine größere Wohnung mittlerweile leisten. Oder ist das? Nein. Also A, könnten wir nicht. Ah, okay. Äh, so gar nicht. Nee. Also für mich, ich stehe weiterhin knietief im Dispo und irgendwann, ähm, jetzt wird's knallen. Da bin ich mir sicher. Nein. Also du hast ja mal wahrscheinlich ungefähr ausgerechnet, was man verdienen kann, wenn man ab und zu eine Kooperation macht. Ja, absolut. Absolut. Das kann auch alles gerne kommen, aber es wird keinen Ausverkauf geben. Und. Nee, sondern machst du auch die Marke kaputt. Ja. Ich will gar nicht erst anfangen, darüber nachzudenken, was Marke ist und was. Ähm, das schmeckt oder es schmeckt mir nicht. Aber du bist noch im Dispo. Äh, ja, nicht auf meinem, nicht auf meinem Geschäfts, Dispo, ich hab immer, das ist so ein, Überbegriff von, oh, ich schulde meiner Mutter noch Geld und ich, und, und Dispo vielleicht auch sein Lebensjahr. Ich würde meinem Vater vielleicht auch gerne noch was geben und so. Ich finde, es ist nur eher so ein, also meine Kreditkarten sind heillos überzogen. ich, ich, ich kenne das. Und deshalb ist es so, nee, das wäre schon ein schönes Gefühl, irgendwie mal, tabula rasa, was das angeht. Macht ihr das, äh, finanziell, Finanzsorgen sind das, äh, war das eine große Last in deinem Leben? Ist immer, immer gewesen, aber nicht so, dass ich, dass ich jetzt sage, dafür fange ich jetzt mit einem Bürojob an. Das finde ich es aufgeben. Das ist eigentlich die, die größte Freiheit an Geld, ist wirklich jeden Tag, dann doch irgendwie entscheiden zu können, was man macht. Aber, wir machen, wir haben, keine Ahnung, ich bin seit drei Jahren nicht mehr früh aufgestanden, weil ich gar nicht wüsste, warum. Hm. So. Und, ähm, das ist uns schon wichtig. Rieke ist ja Schauspielerin, aber du vergisst, glaube ich, auch in Hamburg eine Wohnung zu finden. Zwei Selbstständige. Vergiss es. Vergiss es. Berlin ist auch hart geworden mittlerweile, aber, äh, Hamburg ist wahrscheinlich noch härter. Ja, aber das war schon zu Zeiten, ähm, ich hatte, da wohnten Freunde von mir, Schauspieler auf der Kantstraße, äh, die haben eine 210 Quadratmeter Wohnung gehabt, also ein Palast, und zahlten 1,1. Du redest von Berlin, Kantstraße. Ja, Berlin, ich bin vor, Ah, es war vor 15 Jahren. Ja, ich bin 2007 nach Berlin gekommen, das war noch, das war kurz bevor es dann, abging mit den Immobilienpreisen. Da war noch, da war es noch richtig günstig. Nee, hier ist es einfach, ist es einfach nicht. Und lustigerweise, ach, ich will auch nicht, dass das doof klingt, ne, aber ich hatte so eine, so eine, so eine Zeit, als ich noch ein, als ich Texter war, Mhm. Und so ein Bürojob, das, was mir am meisten Angst gemacht hat, ist, dass ich keine Yacht am Ende des Tunnels sehe. Weil, ich habe mir vorgestellt, okay, wie funktioniert denn so ein Konstrukt, so ein Konzept, so ein Lebenskonzept, wie, ich mache einen Job, bis ich in Rente gehe, was ich, was ich ab, also ich finde das abstrus, dass man nicht in seinem Leben lieber sieben Job, verschiedene Jobs macht, also das fände ich eher normal, aber einen Job zu machen, so und dann habe ich da so, sehe ich da so einen langen Bürotunnel, so einen Gang und links und rechts, gibt es dann mal so eine Gehaltserhöhung. Aber an welchem Ende, das Ende, das ich sage, wir werden jetzt verrückt, so dass ich all meinen Freunden einen schwarzen G-Wagon schenke, der ist nur, wenn ich eine eigene Agentur aufmache und dann fragt man sich, aber liebe ich denn die Branche so sehr, dass ich mir da was Großes eigenes aufmache und das hat schon gereicht dafür, dass ich dann Krankheiten bekam, wie, also Nervenzusammenbruch, ich habe eine Gürtelrose bekommen. Dein Körper hat sich gemeldet. Voll. Hat gesagt, Ben, raus hier. Raus hier. Du hast es selber noch nicht verstanden, aber ich habe es verstanden. Und ich kenne so viele Leute einfach, die das nicht begreifen, dass dein Körper schon möchte, dass du glücklich bist und auch dafür sorgt und dafür sorgen will und da muss man einfach ab und zu mal hinhören. Aber das muss man lernen. Da gibt es keinen, ich kann einen 19-Jährigen, der sagt, also ich bin jetzt seit zwei Jahren in diesem Beruf und ich bin sehr unzufrieden. Da sage ich, du bist nicht unzufrieden. Wenn du unzufrieden wärst, dann würdest du morgens kotzen, dann würdest du mir nichts erzählen, dann würdest du dir jetzt dein eigenes Leben aufbauen und sagen, Alter, ich habe immer davon geträumt, Einradfahrer zu werden. Ich werde jetzt Einradfahrer im Zirkus. Ihr könnt mich allem am Arsch legen. Das ist das, was Menschen machen, wenn Menschen in die Enge getrunken und wirklich am Ende sind. Und ich finde, dass jeder Mensch, der sein Leben neu aufrollt, einmal am Ende sein muss. Irgendwie. Das muss nicht schlimm sein, aber für mich war es immer so und das war jetzt der nächste große, das ist jetzt das zweite große Mal, dass ich gesagt habe, nein, ich werde was ganz anderes in meinem Leben machen. Und da sehe ich diese Angst der Leute nicht zu sagen, aber ich kann doch mit 47 nicht noch was Neues machen. Sag mal, seid ihr bekloppt? Du kannst mit 88 was Neues machen. Du hast alle Möglichkeiten der Welt. Alles steht dir offen. Wir sind ja nicht auf dem Dorf in den 50ern. Das ist richtig. Ich mag das auch. Ich liebe es. Wie gesagt, ich habe ja vor anderthalb Jahren mit Comedy angefangen. Das ist auch sehr spät, irgendwie mit 38 und sich nochmal auf die Bühne zu stellen und man macht sich bei den ersten 100 Auftritten einfach, man ist nicht gut da drin. Stand Up Comedy ist leider auch noch etwas, was man nicht zu Hause üben kann. Du musst auf die Bühne raus. Aber ich mag das. Es ist sehr humbling und es ist schön irgendwie auch zu merken, ich lerne etwas Neues und ich bin noch nicht gut da drin. Ja und vor allem, ich glaube, du lernst mehr an jedem Rockrepierer. Total. Und jedes Ding, was sich richtig scheiß anfühlt, wenn jemand dich anguckt und du siehst in den Augen, du hältst dich wohl für lustig. Das ist das und da nicht aufzugeben, das macht dich unfassbar stark. Und da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, also ich will, es ist ja jetzt deine Szene und ich will dagegen nicht sagen, aber außer vielleicht Till Reiners, den ich wirklich noch sympathisch finde und lustig finde, finde ich, ist die deutsche Stand Up Comedy Szene ein Witz. Das, was man in der Öffentlichkeit sieht, glaube ich dir, glaube ich dir hundertprozentig. was du hundertprozentig auf die Open Mics, auch in Hamburg im Übrigen, gibt es viele gute Leute von Alex Stolt mit seinen vier Feinden und Assan und hier gibt es super Open Mics in Hamburg. Was man auf den Open Mics geboten kriegt, teilweise für einen 10er oder einen 20er oder zum Beispiel auch ehemalige Werbetexterin aus Hamburg, Phyllis Taschdan, ich weiß nicht, ob du die kennst, einer der Top 3 Comedians in Deutschland. Das ist, man sieht aber immer noch im Fernsehen nur Mario, Phyllis Taschdan, vielleicht hast du gar mal mit ihr zusammengearbeitet. Ich glaube nicht, das wüsste ich. Ja, ist auch alt wie ich, 41. Das, was aber in der äußeren Wahrnehmung noch da ist, ist halt noch, genau, sind halt immer noch die gleichen Comedians von vor 20, 30 Jahren. Genau. Und das ändert sich. Hundertprozentig, er ist auch noch mal ganz klar, ich habe, auch wenn wir hier sagen, es ist Meckern auf hohem Niveau, mein Vergleich ist nur, dass bei einem Louis C.K. Das ist jetzt auch der Goat. Also du hast jetzt auch den Besten. Ja, ja, aber trotzdem, und ob es Bill Burry ist und so, ich will, ich will dir nur sagen, es gibt ein, es ist ein Umgang mit, Sprache und vor allen Dingen auch ein Umgang mit dem Publikum. Ich, was ich nicht brauche, also zum Beispiel, ich habe auch Tommy Schmidt oder wie sie alle heißen, nie gesehen und also mal kurz Ausschnitt. Hast du Felix Lobrecht oder was machst du? Ach so, ach die beiden machen zusammen ein Podcast. und Felix Lobrecht. Ist einfach, pass auf, ich fühle mich nur nicht angesprochen, weil es ist weder meine Generation möglicherweise, noch ist es mein Turf. so, was ich, von der Straße braucht mir keiner was zu erzählen. Das ist so wie, ähm, 187 auch nicht meine Musik ist. es ist, ne, so. Und die, es gibt so, so, so paar klare, so, so ein sich nicht trauen, so eine Risikolosigkeit, so einfach, wenn Leute einen Gag machen, deutsche Comedians, die machen einen Gag und dann müssen sie entweder selber ein bisschen mitlachen, um zu helfen oder dann versuchen sie sich für den Gag schon, bevor jemand was gesagt hat, irgendwie so ein bisschen zu entschuldigen oder Geräusche zu, das ist furchtbar, das kann da mal nicht mehr. Genau, aber einfach so dieses Ding, die, sagen wir mal, das Machtverhältnis so herzustellen, dass jeder im Raum weiß, pass mal auf, Alter, ich bin lustig, hier oben und das, was ich sage, das ist alles Gold und ihr da unten, ihr könnt lachen, aber es ist mir eigentlich auch scheißegal, wenn ihr es nicht tut. Da, da finde ich, ist es noch so, um eben vielleicht auch zur Verteidigung sagen, das ist nicht mein, das ist nicht das, was ich am liebsten mache, also wirklich in Shows zu gehen und mir das anzugucken. Hundertprozentig, wenn du sagst, da liegt für die Person meine Hand ins Feuer und wir verlassen wirklich unser Haus und unsere Cocktailbar, um da bei einem keine Ahnung, Warsteiner zu sitzen und uns irgendwas anzugucken, wo wir nach dem, vielleicht nach dem vierten Gag sagen, warum, warum haben wir uns ins Moja gesetzt? Das Warsteiner war, du bist kein Fan des Warsteiners. Ja, aber keine Schmähkritik, nochmal wichtig, für alle Abmahnanwälte. Ich bin, ich habe, ich habe mein Lieblingsbier gefunden und alles andere interessiert mich nicht so. Möchtest du das nennen, dein Lieblingsbier? Bitburger? Bitburger. Ich habe, ich habe irgendwann mal ausgerechnet, ich habe schon weit über 17.000 Flaschen Bitburger, seit ich in Hamburg bin, getrunken und ich weiß nicht, warum diese Arschgeigen mich nicht sponsern. Ja, Bitburger, bitte einmal, einmal in die DMs sliden oder am besten ans Management wenden. Mein Lieber auch. Hat Spaß gemacht, ich bin gespannt, wie es mit dir weitergeht und wir werden sicherlich noch viel von dir hören. Ja, bei einer Million komme ich nochmal in deinen Podcast. Bei einer Million, das Versprechen werde ich dann einlösen. Kann dauern. Danke dir, Ben. Sehr gerne. Super. Es ist vor allem heiß unter den, heiß unter den Dingern. Das war immer Super.